Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Moment. Immer besser ist alles erforschen. Kommen wir sogar rein. Laufen wir im Kreis? Ja, scheint wohl so. Ja, hier kommen wir auch her. Hätten wir auch genauso gut die Treppe nehmen können, anstatt da hochzuklettern, aber Klettern ist cooler. Auf jeden Fall. Hier wären wir. Der Hofgang. Order shall prevail. Naja, nicht wirklich. Okay, wir können ja eigentlich hier runterspringen. Hier ist das Verhörzimmer. Hier haben die Schweine uns gefoltert. Und die Bombe. Okay, wir haben sogar ein Tagebuch. Sehr nett. Verschiedene Ziele, Notizen, Kräfte und das Inventar. Okay. Auszug aus einem Buch. Mhm. Sehr interessant. Aber erst sollten wir hier rauskommen. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel genauso groß sein wird, wie jetzt zum Beispiel Fallout oder so. Ob wir vielleicht auch bessere Waffen finden oder sowas. Oder ob sich das Spiel mehr auf Action fokussiert. Okay, hier können wir schon gleich einen Moment. Wunderbar. Hier hätte ich ihn genauso gut ausschalten können. Ohne dass er stirbt. Aber anders ging es gerade nicht. Okay. Ich wette, wir können die auch einfach so beklauen, während wir schleichen. Oh oh. Naja. Einfach mal weiter. Oh shit. Oh Gott, ich sollte mich erstmal heilen. Ach ja, gar keine Pause. Okay, was habe ich jetzt? Du hast deinen Gegner gerade durch einen perfekten Block aus dem Gleichgewicht gebracht. Okay. Meinen tödlichen Angriff auszuführen. Okay. Boah. Sogar noch runtergeflogen. Was für ein Kampf. Wir haben den Arm abgetrennt. Ich will endlich mal ein paar Köpfe rollend sehen. Okay, Gang verlassen. Haben wir die Türsteuerung. Und hier haben wir Zeug. Viel Zeug. Kugeln. Wir haben Wirt und gestanden für eingeteilte Personal und Wirtenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Vorsicht. Vielleicht kann ich den ausschalten, ohne dass er was mitkriegt. Okay. F kann ich den beklauen und gedrückt halten. Okay. Muss ja nicht jeder gleich sterben. Du hast nichts gesehen. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ratten alles zum Kotzen hier. Hallo. Hallo. Okay. Das ging viel stressfreier. Da könnte ich mich eventuell verstecken. Sprengen wir die Scheiße aus der Tür. Boah. Los weg hier. Und raus. Die haben die Brücke hochgezogen. Wollen wir mal hier runter. Oh Gott. Die Idioten dürfen mich nicht sehen. Zu spät. Da ist der Fluss. Beziehungsweise die Kanalisation. Boah. Die schlechtesten Schützen überhaupt. Aber die haben ja schon Resident Evil 6 gesehen. Aber die waren ja auch ziemlich schlecht. Okay. Ab in die Kanalisation. Da wären wir auch schon. Kanalisation von Dunwell. Wir haben wieder eine Notiz. Wenn Sie das lesen, dann ist das, dass unser Plan funktioniert hat. Okay. Hier sind wieder Waffen versteckt für uns. Okay. Und wir suchen nach einem Samuel. Ratten. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut. Mit etwas Glück erwischt Pauvo einen. Hast du Angst? Ich würde schon so leicht keine erwischen. Wenn wir da nicht durchkommen, müssen wir einen anderen Weg suchen. Ich sage Ihnen beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Oh mein Gott. Die Ratten greifen die an. Wow. Die zerfetzen die ja komplett. Oh mein Gott. Hier haben sie sogar die Haut abge... Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Guten Appetit. Die essen die komplett auf. Ja lecker. Weg sind sie. Man hat nie wieder was von ihnen gehört. Später können wir ja sicher noch die Ratten steuern. Da bin ich schon mal drauf gespannt. Okay, ich glaube ich sollte hier... Ich glaube die Ratten wollen... Vielleicht sind die Ratten noch nicht, meine Freunde. Okay, hier geht es sicher irgendwo raus. Mal schön gucken, ob hier was rumliegt. Was haben wir denn da? Sind wir denn tot? Ja. Irromantisch. Zusammengestorben. Wups. Ich wollte die halt nur wegwerfen. Die haben aber nichts bei sich. Ah, der wollte auch gerade drehen. Fachgerecht entsorgt. Und rein. Moment. Wusstest du, hier liegt immer irgendwo was rum. Ich glaube, da ist das aber alles sofort. Oh mein Gott, die Ratten fressen wieder. Wie viele? Okay. Die Ratten werden mich aber auch hundertprozentig angreifen. Deshalb muss ich mich von den Fähren halten. Ganz wichtig. Und da die sowieso an Leichen nagen wie bekloppt, schmeißen wir mal ein paar runter. Und zwar ganz weit weg. Dahin. Und dahin. Und dahin. So, ihr könnt mich mal... Uah! Ihr rennt gar nicht zu den Leichen. Vielleicht muss ich die erstmal hier hinlocken. Ja, so ist gut. Perfekt. Sehr schön designt, die Kanalisation. Ja, davon wüsste ich was. Ich bin mal gespannt, was unsere Ausrüstung so bereithält. Was da so alles drin ist. Wow! Wir sind über Steely Nose geschossen. Münzen. Noch mehr Münzen. Leere Flasche. Damit kann ich sicher einen ausknocken. Sollte man mal testen. Wow! Fuck! Oh mein Gott! Ihr habt komplett die Fallen vergessen. Oh. Okay, da muss ich auch durch. Wollen wir erstmal... ...hier rum. Da ist was auf der anderen Seite. Hm. Da komm ich doch sicher irgendwie hin. Kann er sich nicht hier irgendwie festhalten? Ja! Okay, über den Schleichmodus. Projektilwerfer. Das war das Ding sicher. Ist auch wieder draufgegangen. Hier ist meine versteckte Ausrüstung. Lesen wir mal. Seien Sie gegrüßt, Korbo. Kaiserlicher Schutzer. Das waren wir wirklich. Nehmen Sie diese Waffen. Okay, nehmen wir die mal. Wow, eine Armbrust. Sogar eine extrem handliche. Boah, zieht euch mal das Schwert rein. Geile Sache. Okay. Dann haben wir wieder den Journal. Okay, ich sehe gerade, ich habe verschiedene Kräfte, aber... Hm, kann ich die schon ausrüsten? Um die Schnellauswahl zu öffnen, okay? Mausrad natürlich. Okay, welche Kraft du in der linken Hand ausgerüstet haben möchtest? Okay. Schauen wir mal. Haben wir die Armbrust? Armbrust, Pistole, Armbrust. Bleiben wir da, Armbrust. Kriegen später ja noch viel, viel mehr Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht, müssen wir hier durch? Kloppen nicht. Ne. Doch, hier können wir durch, aber... Moment. Hier können wir auch durch. Ich sehe schon. Da ist nicht umsonst der Totenkopf. Wenn ich das... Ja, shit. Wenn ich das hier berühre, würde ich auf jeden Fall das Teil auf mich schießen. Wunderbar. Sehr gut ausgewichen. Das gehört jetzt alles uns. Uns ist hier aber auch nichts mehr. Brandbolzen haben wir bekommen. Können wir die ausrüsten? Betäubungsbolzen, normale Kugeln, Brandbolzen. Jo. Ich muss schon sagen, die Armbrust ist extrem handlich. Ich meine, nicht alle Tage. Okay. Oh yeah. Sliden können wir auch. Für den Fall, dass du zu dumm bist. Okay. Nächsten Monat. Welche Sache denn? Ah, hier ist eine Kombination erforderlich. Fuck. Die können wir sicher irgendwie herausfinden. Kein Hinweis oder so? Ehrlich? Da! Vier, fünf, eins. Aber... Ja, das sind sogar nur drei Zahlen. Vier. Fünf, eins. Ja, nice. Wow, das war's. Okay, wir haben ja immerhin 50 Münzen bekommen. Hat sich mal extrem gelohnt. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Haha. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Überall nachsehen. So, jetzt hab ich die schon mal von der Position weggelockt. Genau das wollte ich nämlich. Scheiße, nur dass die zusammen... ...laufen. Natürlich bin ich hier irgendwo. Oh, das ging aber schnell. Ich wollte die eigentlich von der Position weglocken. Ah! Das ist hoffentlich kein Scherz. Ach, shit. Komm schon. Die reagieren wirklich sehr gut auf meine Bewegung. Ich weiß, dass du hier bist. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Ich will ihnen genau so einen Pfeil in den Kopf rammen. Yeah! Der hat gesessen. Der kommt schon hingerannt. Und der Nächste. Es gibt ihm im Spiel noch viel, viel mehr Möglichkeiten, einen Gegner hinzurichten. Boah, was für eine Blutlache. Sollte es aber erstmal gewesen sein. Ich denke, die können auch hier so liegen bleiben. Ah, shit. Machen wir den platt. Vorsichtig. Und geh und. Nicht wirklich. Oh, ich liebe die Armenbrust, ey. Schön leise. Sehr gut im Nahkampf. Ja, ich weiß noch. Oh, ich bin auf dich. Oh, meinst du. Vielen Dank.